Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Java, dieses Mal mit Lambda Expressions. Diejenigen, die Haskell oder meine Lambda-Videos schon gesehen haben, die wissen genau, von was ich rede und genau diese Dinger gibt es jetzt auch in Java. Die sind natürlich ziemlich praktisch, weil jeder, der schon mal funktional programmiert hat, der weiß das. Alle anderen, den werde ich jetzt beweisen. So, früher war das Ganze relativ umständlich, man musste ganz, ganz viel Zeugs machen und jetzt kann man endlich relativ, mit wenig Code, relativ schnell irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel haben wir hier eine Funktion, die, beziehungsweise nein, nicht eine Funktion, sondern ein Interface, wofür früher immer extra Klassen benutzt wurden, etc. und man musste damit dann die importieren und da musste man die Methode definieren, etc. Das war relativ kompliziert und jetzt kann man einfach sagen, sagen wir einfach mal, Mathe definiert mir ein Interface und darin ist jegliche mathematische Sache gespeichert oder damit kann ich alles, was irgendwie Mathe ist, ausdrücken. Zum Beispiel eine Funktion und die hat die Formel int a, int b. Das heißt, es ist eine Funktion, die mir irgendwas definiert, was für diese zwei Typen a und b, zum Beispiel eine Addition könnte man sich hier vorstellen, die würde einfach a plus b rechnen. Total simpel im Prinzip. Und das ist diese Funktion. So, jetzt will ich aber ganz, ganz viele Sachen haben, zum Beispiel auch noch eine Multiplikation und so weiter. Und dafür müsste ich jedes Mal eine neue Klasse erstellen, die dieses Interface implementiert und diese definieren dann hier diese Funktion. Und am Ende schmeiße ich sie doch alle bloß in eine Liste und lasse sie durchlaufen oder sowas. Alle Funktionen oder was auch immer. Und ja, das möchte ich nicht mehr. Und deswegen erstelle ich mir hier relativ schnell irgendwelche Sachen, die ich dann zusammen benutzen kann. Und zwar mit Lambda-Funktionen bzw. Lambda-Expressions, je nachdem, welche Sprache man bevorzugt. Und dann sagen wir einfach mal, okay, wir definieren uns ein Mathe. Das ist quasi das Mathe hier. Und sagen, okay, Mathe, sagen wir mal, addieren. Ist gleich. Und jetzt kommt das Lambda. Achtung. Wir nehmen das, was hier steht, also int a int b, schreiben das hier oben hin, genauso wie es da steht. Also wir bilden das jetzt ab mit diesem Pfeil. Also wir zeigen quasi mit a und b auf a plus b. So. Und zum Beispiel können wir dann dasselbe auch noch mit der Multiplikation machen. Indem wir einfach hier sagen, okay, wir bilden es halt mult, bilden wir ab auf a mal b. Und ja. Jetzt kann man zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir behandeln Multiplikation und Addition im Prinzip genau gleich. Und sagen, addieren, also das ist jetzt tatsächlich dann das hier, was hier oben instanziiert ist. Oder wir schreiben das alles in eine Liste rein. Und in dieser Liste stehen halt verschiedene Dinger drin. Wir iterieren da drüber und sagen einfach, das was drin steht, also an der Stelle i, oder in dem Fall einfach addieren, Punkt, die Funktion und schreiben hier 5 und 2 rein. So. Und das Ganze geben wir jetzt aus. Ups. So. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann kommt hier einfach 7 raus. Wenn ich jetzt allerdings einfach hier mult reinschreibe, dann kommt da 5 mal 2 raus. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt in eine Liste packe, dann habe ich hier einfach alles mit diesem Interface-Typen drin und ich kann trotzdem überall diese Funktion aufrufen. Und vorher hätte ich das jetzt überall noch so umständlich und, ja, keine Ahnung, ziemlich umständlich halt machen müssen. So geht es deutlich schneller. Auch noch ein paar Sachen, die jetzt man bei Lambda-Statements vielleicht erwarten würde. Man denkt, hier müsste ein Return sein. Also, ups, retieren. Okay. Also, sowas wie Return A plus B. Wenn ihr dieses Return unbedingt haben wollt, es geht durchaus. Allerdings muss man dann sagen, okay, ich packe das Ganze in geschweifte Klammern. So. Und macht dann Semikolon dahinter. Dann ist es durchaus auch ganz normales Java. Sprich, ihr bildet das hier einfach auf die Funktion ab. Hier drin steht im Prinzip eure Funktion. In diesen geschweiften Klammern. Und ihr könnt hier auch mit einem Return-Statement und so weiter hantieren. Könnt auch viele verschiedene Zeilen an Code machen. Also hier einfach sowas und dann oben drüber noch irgendwas ausführen. Das geht alles. Ist kein Problem. Allerdings, wenn man nur ein einziges Statement drin hat, also A plus B ist ja nur ein einziges Statement, dann kann man sich das alles sparen. Dann kann man sich die geschweiften Klammern sparen. Und es wird automatisch dieser Wert hier zurückgegeben. Geht deutlich schneller, ist nochmal kürzer. Also quasi eine Verkürzung der Verkürzung. Ja, ziemlich geil. Was man auch nicht braucht, sind diese Dinger hier. Also man kann auch einfach schreiben Int A oder Int B. Man kann auch einfach schreiben A, B. Denn es ist ja klar, wenn wir hier ein Mathe haben, dass wir dann diese Funktion hier definieren wollen. Und automatisch das hier abbilden wollen. Ja, relativ zügig. Also nochmal ein bisschen Zeit eingespart. Wenn ihr nur ein Parameter habt, zum Beispiel, ich kopiere das mal, machen wir mal, wobei, machen wir hier einfach mal 2 draus. Und sagen, 2 mal A geben wir zurück. Dann brauchen wir noch nicht mal mehr hier die Klammern drumherum. Dann können wir einfach sagen, wir bilden A ab auf A mal 2. Allerdings haben wir dann hier ein Problem, weil das funktioniert nicht mehr. Denn wir sehen hier, dass es nicht ganz passt mit dieser Funktion. Wir haben hier nämlich ein Int A, Int B. Aber nur rein theoretisch. Wenn ihr ein Parameter habt, braucht ihr weder Typ definieren, noch braucht ihr irgendwas von wegen Klammern drumherum oder sowas. Und mal angenommen, ihr habt eine Funktion ohne Parameter hier, sowas, dann nehmt ihr einfach folgendes, gebt ihr einfach mal in diesem Fall 2 zurück. Und wenn ihr keine Parameter habt, dann macht ihr einfach Klammer, Klammer und das bildet man auf 2 ab. Fertig. Das heißt, wir können hier einfach keine Parameter, wir können ein Parameter, wir können beliebig viele Parameter haben. Und ich mache das mal alles zurück, damit es wieder einigermaßen Sinn macht. Ja, das muss passen. So. Genau. Wofür man das häufig benutzt, sind irgendwelche Event Listener oder sowas. Denn da kann man einfach dann, also vorher war das immer ungefähr so eine Struktur. Man hatte ein Interface mit genau einer Funktion drin und die war dann halt nochmal extra in der anderen Klasse importiert, implementiert und so weiter und so fort. Und das kann man jetzt alles relativ easy so machen. Worauf ihr dringend achten müsst, ist, wenn ihr das Projekt erstellt, New Java Project, dass ihr dann hier Java SE 1.8 habt. Oder halt irgendwas Höheres. Also 1.8 ist das Minimum dafür. Wenn ihr weniger als 1.8 habt, dann gibt es keine Lambda Expressions. Die sind tatsächlich neu in 1.8. Gut, ja, das war es für heute auch schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst noch nicht alles, was ich euch erzählt habe. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.